Medien spielen bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen eine relevante Rolle. In mediatisierten Gesellschaften wird in öffentlichen Diskursen nicht nur darüber entschieden, was der Fall ist, was Lage der Dinge ist, was Fakt ist, sondern auch welche gesellschaftlichen und individuellen Prioritäten darauf hinzusetzen sind. Und in all diesen Prozessen spielen medial vermittelte Tatsachen, Einstellungen, aber auch Risikoeinschätzungen und moralische Überzeugungen eine relevante Rolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017